Next Economy Open hier an der Fresenius-Hochschule am zweiten Tag. Die letzte Session, die wir heute machen. Ja, und das ist diesmal eine ganz besondere Session, weil wir ein Projekt vorstellen können, das mein Kollege Professor Mahmoud Mahmoudzadeh und ich gemeinsam machen mit der Uni Oldenburg und mit dem Bundesumweltministerium. Und das ist ein Projekt, das uns beiden eben sehr am Herzen liegt. Und vielleicht kann Mahmoudz schon mal ein paar Sätze dazu sagen und sich vorstellen überhaupt. Ich bin Mahmoud Mahmoudzadeh, Professor an der Hochschule Fresenius-Köln. Mit Herrn Professor Becker letztendlich arbeiten wir das Projekt. Und Projekt ist eine Fördermaßnahme, die wir gemeinsam mit Oldenburger letztendlich durchführen. Und es geht um Klimaanpassungsmanagement und Lernorganisation. Wie können wir Klimaanpassungsmanagement oder Klimaanpassungsfragen so aufbreiten, dass Unternehmen oder Projekt- oder Unternehmensmitarbeiter letztendlich später in der Lage sind, eigene Betroffenheiten zu identifizieren und umgehen. Ja genau, darum geht es eigentlich. Also wir kennen ja das Thema Klimaschutz und wir wissen alle, dass das Thema Klimaschutz irgendwo an seine Grenzen gestoßen ist. Es hat nicht funktioniert, muss man sagen. Es ist auch eine Bankrotterklärung eigentlich an uns alle. Und jetzt sehen wir einfach, dass sich das Klima verändert. Und wenn man sich die Daten anschaut, die wir im Moment sehen, also zum Beispiel Temperaturanomalien, zum Beispiel auch messbare Anstiege des Meeresspiegels, die jetzt so langsam kommen, weil eben auf der anderen Seite das Eis abschmiedelt. Du warst in den Bergen, ich war neulich in den Bergen. Da sieht man, wie die Gletscher, wie brutal sich die Gletscher zurückentwickelt haben. Die gleiche Situation halt auch in der Arktis. So und das hat natürlich bestimmte Folgen. Also das heißt, das Klima verändert sich und Unternehmen sind sehr unterschiedlich von diesem Klima betroffen. Also ich nehme ein Beispiel, in einem Krankenhaus heißere Temperaturen heißt zum Beispiel eben, dass Patientenschutz anders aussehen muss. Also ich muss eben sicherstellen, dass die Patienten eben nicht überhitzen, dass sie genug Flüssigkeit haben. Das ist jetzt nur mal ein Beispiel. Oder auf der anderen Seite geht es natürlich auch bis in die Hygiene rein. Also das heißt, je wärmer es ist, desto besser entwickeln sich auch Keime im Krankenhaus. Also das hat ganz viele Folgen. Wenn ich ein Logistiker bin, habe ich vielleicht das Problem mit Starkregenereignissen. Oder eben auch mit Dürre, wie wir jetzt eben auf dem Rhein sehen. Das heißt, Brände wie in Kalifornien. Brände wie in Kalifornien und das sind natürlich dramatische Situationen. Also das heißt auch die Gefahr, dass zum Beispiel Logistikketten zumindest gestört werden. Ich will nicht sagen zum Erliegen kommen, aber wir erleben da schon Dinge. Und unsere ganze Wirtschaft ist natürlich auf Just-in-Time orientiert. Und wir müssen eben schauen, wie wir unsere Unternehmen darauf vorbereiten, mit diesem Klimawandel umzugehen. Und das Problem ist natürlich, dass die Klimabetroffenheit, und da kann Mama Zadeg gleich noch was zu sagen, ja sehr, sehr unterschiedlich ist, auch von Unternehmen zu Unternehmen. Und es gibt nicht nur direkte Betroffenheiten, es gibt auch indirekte Betroffenheiten. Da haben wir auch ein kleines Schaubild zu, vielleicht zeigen wir das einfach mal. Genau. Das war das Erste, genau. Ja, und vielleicht, Mama, vielleicht kannst du was zu sagen. Mit der Betroffenheit, schon wurde gesagt, die aktuelle Beispiele. Nur ein aktuelles Beispiel, was wir auch in Köln haben, zum Beispiel Störung von Binnenschifffahrt. Das heißt, der Pegel sinkt am Rhein und davon ist zum Beispiel in Köln Autoindustrie Ford direkt betroffen. Ford produziert täglich 1.400 Fiasters in Köln. Und das wird auch mit dem Schiff jeweils 300 Fahrzeuge transportiert. Und je 1 cm weniger Wasser, das bedeutet, 10 Autos weniger werden transportiert. Das zeigt einfach die Betroffenheit von Autos, das direkt von letzten Klimawandel oder Klimafolgen. Ja, und wir selber merken es ja zum Beispiel darin, dass ich bin jetzt bei uns an der Tankstelle vorbeigekommen und da standen dann überall Schilder leer. Also ich wäre vielleicht gar nicht, wenn ich nicht vollgetankt hätte, zum Bahnhof gekommen. Ich fahre ja leider immer noch Benziner. Und diese Betroffenheit, wenn wir Betroffenheit betrachten, Betroffenheit, was wir sagen, Unternehmen sind betroffen. Oder wir sind vom Klimawandel betroffen. Betroffenheit ist ein mehrdimensionales Phänomen. Das heißt, was heißt das Betroffenheit? Alle sagen wir betroffen. Bei der Betroffenheit, wie Herr Becker gesagt hat, letztendlich differenzieren wir eine Zwischenart der Betroffenheit, direkte Betroffenheit und indirekte Betroffenheiten. Direkte Betroffenheiten gehen zurück auf natürlich physikalische Auswirkungen, was wir gesagt haben. Das heißt, durch Binnenschifffahrt, durch weniger Wasser wird eine Autoindustrie direkt betroffen. Indirekte Betroffenheiten sind marktlich oder regulatorisch bedingt. Das heißt, Nachfragerückgang oder eine gesetzliche Norm, zum Beispiel CO2-Emissionen müssen wir reduzieren und eine gesetzliche Norm wird verabschiedet. Oder, sagen wir, Verpackungsgesetz ab 2019. Das heißt, indirekt wird ein Unternehmen davon betroffen sein. Vielleicht auch dazu nochmal einen Satz. Fahrverbot. Das ist ein, sagen wir, indirekte Betroffenheit. Allerdings indirekte Betroffenheiten gehen auf direkte Betroffenheiten zurück. Aber viele Unternehmen, insbesondere in Deutschland, weil der klimatische Lage gut ist, im Vergleich zu anderen, in der Regel werden zuerst die indirekt betroffen sein, als direkte Betroffenheit. Einige Unternehmen führen sich nicht direkt betroffen, aber indirekte Betroffenheit ist das. Entweder durch Gesetz oder durch Nachfrageänderung, Nachfragerückgang oder weiß ich nicht, Nachfrage erhöhen. Das ist indirekte Betroffenheit. Vielleicht ein Satz dazu. Natürlich Betroffenheit durch Regulatorik. Und ich kenne das immer aus meinen Business Development und Strategieseminaren, dass eben die Wirkung von Regulatorik einfach massiv unterschätzt wird. Weil durch Regulatorik entstehen neue Märkte. Ich nehme jetzt ein Beispiel, ich muss irgendwas an der Heizung machen, also neue Grenzwerte. Also entsteht ein Markt für Heizungstechnik an der Stelle. Und es wird sowohl im Positiven als auch im Negativen immer wieder unterschätzt. Also Regulatorik ist ein ganz, ganz starker Faktor für mein konkretes Geschäft. Und deswegen muss man da auch mal genau hingucken. Und neben dieser Art der Betroffenheit haben wir schon einige andere Bestimmungsfaktoren bei der Betroffenheit. Ort der Betroffenheit, Zeit der Betroffenheit, Intensität der Betroffenheit, Häufigkeit der Betroffenheit, Objekt der Betroffenheit. Auch insbesondere, wenn wir bei der Betroffenen-Analyse berücksichtigen, zwei weitere Dimensionen, die ich mir eine wichtige hole. Einmal Ort der Betroffenheit und einmal Zeit der Betroffenheit. Viele Unternehmen führen sich heute nicht direkt oder indirekt vom Klimawandel betroffen. Aber diese Unternehmen nehmen auch eine direkte oder indirekte Betroffenheit in 20 Jahren stärker wahr. Das heißt, wenn man mit Unternehmen spricht, sagt man, okay, ich bin heute nicht betroffen, aber in 2030 werde ich schon betroffen sein, wenn es so weitergeht. Das ist sehr wichtig bei den Anpassungsmaßnahmen. Wie können wir ändern? Und darüber hinaus Ort der Betroffenheit. Wo sind wir betroffen? Weil wenn wir von Global Player sprechen, von den internationalen Unternehmen, Organisationen sprechen, hier sind wir nicht betroffen. Aber wenn ein Zulieferer in Lieferantenkette in Bangladesch betroffen ist oder in China betroffen ist, dann hier Unternehmen sind betroffen. Nun gibt es ja bei dem Spiel, ob nun direkt oder indirekt betroffen, ja auch immer Gewinner und Verlierer. Also wenn ich mir anschaue, den Pegel des Rheins, also ich bin glaube ich noch nie so intensiv Fahrrad gefahren am Rheinufer, weil man natürlich viele Möglichkeiten hatte. Ja, auf einmal hattest du Strand und entsprechend waren natürlich auch Aktivitäten, Grillen, die Strandbars waren voll, da ist unglaublich viel Umsatz gemacht worden. Das sind dann die Gewinner. Ja klar, Tourismus, Gastronomie ist zum Beispiel eine klassische Branche, die eher zu den Klimagewinnern gehört, zumindest in den meisten Regionen, die wir haben. In Alten sieht es schon wieder anders aus. Ja, das stimmt. Der Skitourismus, also da muss man auch sehr genau hinschauen, wo ist man eigentlich. Und was Mahmoud eben sagte, die Zeitachse spielt natürlich eine ganz große Rolle, weil durch Regulatorik kann sich die Zeitachse auch wieder verschieben. Es kommt schneller oder später als geplant. Und deshalb ist es auch wichtig, dass man dann auch eine Strategie entwickelt und eben auch Roadmaps entwickelt, dass ich dann auch, wenn es zu dem Fall kommt, dann auch entsprechend auch vorbereitet bin. Ihr seid ja so ein bisschen Exoten in der Wirtschaftswissenschaft mit dem Klimaanpassungsmanagement, da steht glaube ich nicht so viel auf den Lehrplänen wahrscheinlich, oder? Schon, das heißt wir versuchen auch Klimawandel, Klimaanpassung oder Klimaschutz auch sowohl in Vorlesungen Nachhaltigkeit einzubeziehen, weil Klimawandel ist auch ein Thema von Nachhaltigkeitsmanagement. Weil das heißt aufgrund der Wechselbeziehungen zwischen Klimawandel und Nachhaltigkeit dann berücksichtigen wir darüber hinaus in Masterstudien an Sustainability Marketing Leadership und Masterarbeiten versuchen wir Klimawandel. Ja, aber das hat natürlich auch ganz konkrete Folgen für die Firma. Also ich hatte am Wochenende ein Gespräch mit jemand, der einen Außendienst hat, ein mittelständischer Unternehmer, der hat seine Autos alle auf drei Jahre geleast, aber jetzt ist das Problem der Fahrverbote. Und die müssen in die Städte, die besuchen eben die Karstadt dieser Welt und haben dort eben einen Außendienst. Und das heißt natürlich auch ganz konkrete Fragen, wie organisiere ich denn künftig meinen Außendienst, wenn die nicht mehr in die Städte reinfahren dürfen. Was ich nur sagen wollte ist, bei dem Klimaanpassungsmanagement, dass es als wissenschaftliche Disziplin eher so ein Außenseiter-Dasein hat, dass ihr ja gar nicht so viel auf Standardforschungen zurückgreifen könnt, sondern das ist so eher Neuland. Ja, so neu ist das auch nicht. Das IPCC zum Beispiel oder so, die gibt es ja schon seit ein paar Jahren. Die waren ja und wollen klimapolitisch natürlich dann auch aktiv werden. Anpassungsmanagement ist ja noch ein bisschen was anderes. Aber wer mir natürlich sofort einfällt und wer da auch schon frühzeitig die Sensoren ausgefahren hat, sind ja die Rückversicherungen, oder? Also die wären doch eine Quelle für euch, weil das ist wahrscheinlich eine der Hauptquellen, oder? Weil auch insbesondere Anpassungsmaßnahmen, die wir diskutieren, zum Beispiel Versicherung ist eine Anpassungsmaßnahme. Das heißt, wie können Unternehmen sich anpassen und dann kommen auch Versicherungen. Und tatsächlich, jetzt größte Datenbank im Bereich Klima haben wir bei der Münchner RUG, der Versicherungs-RUG-Versicherungen. Ja, und die, wenn man auch die Vorträge von diesen Versicherern hört und dann sie so, sagen wir, anspruchsvoll Klimafolgen zeigen, weil sie sind direkt betroffen. Und das letztendlich versuchen auch mit Betroffenen, letztendlich die Lösungen anzubieten. Und das ist sehr interessant. Übrigens interessanterweise auch diese indirekten Betroffenheiten. Also ein Thema ist zum Beispiel Allianz, wenn wir jetzt ein Thema Diwest, also das heißt, die gehen aus der Kohle raus, nehmen also alle Investments aus der Kohle raus, weil die einfach sagen, erstens ist das ein Geschäft, das unser Geschäft stört, weil jedes Klimarisiko ist für uns ein größeres Risiko. Und auch natürlich aus ethisch-moralischen Gründen, weil sie sagen, das kann man eigentlich in der heutigen Welt, wo wir so viel darüber wissen, nicht mehr verantworten. Aber es sind knallachte wirtschaftliche Gründe, die zählen, dass die eben aus der Kohle oder aus der fossilen Energie dann an der Stelle rausgehen als Allianz. Und dann ist das natürlich auch wieder eine indirekte Betroffenheit der Unternehmen, die eben mit fossilen Energien arbeiten in der einen oder anderen Form. Also das sind ja oft sehr komplexe Wirkungszusammenhänge, die erstmal herausgebildet werden müssen, die man erstmal verstehen muss, auch als Unternehmer verstehen muss. Aber für mich ist das immer so ein Indikator, dass man ein Problem ernst nehmen muss, wenn die Rückversicherung sich damit beschäftigt. Ja, absolut. Da sollte dann auch irgendwie so ein Klimaskeptiker, der noch für den Fokus schreibt oder so, oder auf Donald Trumps Linie läuft, sollte dann irgendwie nachdenklich werden, wenn Rückversicherungen, die machen das ja schon lange, also diese Klimaanpassungsmaßnahmen und Klimaschäden, die die schätzen. Und die sind ja schon seit Jahren sensibel bei dem Thema. Ja, natürlich. Und natürlich, wir als drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, wir müssen uns natürlich sehr gut überlegen. Wir sind einerseits Täter und Opfer gleichzeitig. Und das ist ja eigentlich auch das Spannende. Und das kann man eigentlich nur mit Nachsteuern dann auch versuchen, in den Griff zu bekommen. Ja, allerdings muss ich auch sagen, noch ein Satz dazu, wir haben heute sehr viel über Digitales gesprochen. Natürlich, es brennt im Moment bei fast allen Firmen im Bereich der Digitalisierung. Das ist ja ein anderes Thema. Aber dadurch fallen natürlich solche Themen hinten rüber. Und es gibt so eine einzelne Regel, die heißt, die erste Regel der Strategie heißt, take time for strategy. Und das geht im Moment leider ein bisschen unter. Und das ist genauso wichtig, meiner Meinung nach, wie die Digitalisierung. Nur die Digitalisierung brennt jetzt, das andere Thema brennt vielleicht nächstes Jahr. Ja, weil gerade wurde auch gesprochen, letztendlich die Gewinner oder Verlierer des Klimawandels. Wenn wir so ein bisschen langfristig betrachten, eigentlich alle irgendwie sind Verlierer durch Klimawandel. Aber mit dem Klimawandel gehen auch Chancen und Risiken einher. Das müssen wir auch sehen. Die Frage lautet, ob wir in der Lage sind, wenn wir Risiken nicht vermeiden können, sind wir Verlierer. Aber Versicherungen im Laufe der Zeit, wenn man betrachtet, gehören auch zu Verlierer. Weil da müssen wir bezahlen. Und da viele Leute sagen, aber das ist letztendlich, Versicherungen sind Gewinner. In dem Sinne, weil es gibt ja viele Verträge und dann auch viele Beiträge steigen. Aber Münchner RUG oder diese RUG-Versicherungen, da müssen die Milliarden bezahlen. Das heißt, weltweit und dann auch, können wir auch nicht sagen, die sind letztendlich Gewinner, sondern sie verlieren. Und deswegen setzen sie sich auch stark mit dem Thema einher. Weil du was gesagt hast, das ist richtig. Udo Spünnig waren Versicherer, letztendlich diese RUG-Versicherer das Thema auch in der Betriebswirtschaftslehre diskutiert haben. Vielleicht auch nur ein Hinweis. Wir haben eben auch mal so am Rande kurz über Migration gesprochen. Das Thema Migration wird ja zum Beispiel auch, der Migrationsdruck steigt durch Klimawandel. Auch das ist eine konkrete Betroffenheit. Also du hast immer dieses schöne Beispiel aus deiner ursprünglichen Heimat. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen darüber. Ich komme aus Urumiye. Urumiye ist eine Millionenstadt im Iran, in der Grenze zu Irak und Türkei. Und auch damalige Aserbaids- oder Russland, damalige Republiken. Und da hatten wir ein Salzmeer. Das ist das zweitgrößte Salzmeer in der Welt. Nach dem Totenmeer. Nach dem Totenmeer. Und größte Binnensee im Iran. Und da bin ich auch mit dem, sagen wir, mit dem Meer aufgewachsen. Und das ist sehr salzig. Und jetzt seit einigen Jahren, aufgrund der globalen Erwärmung und auch weniger Regen. Und plus letztendlich falsche Politik. Auch die Landwirtschaft oder, weiß ich nicht, die Energie erzeugen. Und jetzt 80 Prozent von diesem Seher oder Meer ist ausgetrocknet. 80 Prozent. Und davon, direkt und indirekt, drei Länder sind betroffen. Drei Länder, drei Staaten. Und mehr als fünf oder sechs Millionen Menschen sind davon betroffen. Wenn da Wind kommt oder weht, dann bin ich da Salz mit. Und genau in der Umgebung haben wir, sagen wir, landwirtschaftliche Garten. Und alles wird von diesem See betroffen. Also zum Beispiel Weinanbau, Getreideanbau gibt es dort. Ja, und natürlich die Böden versalzen, die Quellen versalzen. Ja, und wenn die Menschen dort keine Ernährungsgrundlage mehr haben, was werden sie machen? Sie werden auf Wanderschaft gehen. Ja, und das heißt, die umwelt- und klimabedingte Migration, die Rede von 20 Millionen bis 200 Millionen sind. Ja. Ja, da 20 Millionen Umweltflüchtlinge. Ja, und das heißt... Aber wir sehen hier nicht. Wir sehen hier... Noch nicht. Noch nicht. Wir sind in dem Kontinent oder von einer Seite zur anderen Seite. Zum Beispiel in Iran, da okay, von einem Land, von einem Teil gehen zu einem anderen Teil. Aber wenn es weitergeht, wenn Kreis immer enger wird, dann gibt es keine andere Möglichkeit. Und deswegen, diese Länder haben auch Probleme mit der Anpassung. Jetzt im Iran oder in, weiß ich nicht, in anderen Ländern gibt es Probleme mit Anpassung, sowohl technologische Probleme als auch finanzielle Probleme. Das heißt, müssen wir diese Anpassung Hilfe leisten, auch insbesondere die industriellen Länder, die eigentlich hier verantworten können. Ja, und vielleicht aber auch bei uns trifft es, also ich nehme das Beispiel, ein Europaprojekt. Die Deiche an der Nordsee sind massiv erhöht worden in den letzten Jahren, weil natürlich das Wasser immer höher kommt, weil wir natürlich auch immer stärkere Sturmereignisse hatten. Also ich habe selber erlebt, auf Borkum hatten wir 193 Stundenkilometer Sturm. Das ist im Vergleich zum Taifun in Asien nicht viel. Aber wenn man sieht, dass da ganze Außenfassaden abgebrochen sind, was da an Dachpfannen durch die Gegend flog, das kann man sich nicht vorstellen. Das sah so wirklich am Tag danach aus wie nach dem Krieg. Und auch da, das sehen wir natürlich. Und wir sehen natürlich auch die Überschwemmungen, die wir in Dresden zum Beispiel hatten. Ja, also diese Ereignisse, ich sage immer, das ist wie eine Feder. Das System fängt an zu schwingen. Wir waren zehn Millionen Jahre in einer sehr stabilen Phase. Warum? Weil die Natur uns den Gefallen getan hat, Kohle in die Erde einzulagern. Kohleschichten, das Carbon-Zeitalter. Ja, und danach hat sich das so langsam beruhigt. Und die Erde war jetzt über zehn Millionen Jahre in einer stabilen Phase. Und wir machen, wer hat das nochmal gesagt, hier von Weizsäcker hat das, glaube ich, gesagt, wir machen so eine Art Jurassic Park Experiment. Nämlich wir holen diese chemischen Dinos wieder aus der Erde raus seit über 100 Jahren. Und es passiert auf einmal etwas, was wir, also die Erde wird sozusagen fast schon wieder in einen vorhistorischen Zustand zurückgeführt. Und das ist natürlich eine gewaltige Herausforderung, die wir haben. Wie können wir damit eben umgehen? Und natürlich gleichzeitig Kompensationsmechanismen. Überall wird der Urwald gerodet, um zum Beispiel Öle zu gewinnen, um Soja zu gewinnen und so weiter. Und gleichzeitig eben durch die Klimaerwärmung, Trockenheit, fangen Wälder an zu brennen. Wir sehen es gerade in Kalifornien zum Beispiel. Ja, Waldbrände sind ein globales Phänomen geworden. Denn, ja, das kann man also statistisch auch hoher belegen. Und das sind natürlich die Herausforderungen, die wir haben. Und ganz ehrlich, ich habe heute noch gelesen in einem amerikanischen Journal, die sprachen von einer Death Spiral, also einer Todesspirale. Ja, also ich sage mal, ich bin ein optimistischer Mensch, aber da wird es mir ganz unangenehm an der Stelle. Und deswegen haben wir beide uns auch mit diesem Projekt befasst, weil wir einfach der Überzeugung sind, das geht schief, wenn wir so weitermachen. Ja, nun, die Rückversicherungen beschäftigen sich jetzt seit einigen Jahren schon mit dem Thema. Ihr baut das halt im Studium mit ein und konzentriert sich auf diese Geschichte. Es ist ein Projekt gefördert, wahrscheinlich auch vom BMU. Aber du hast gerade das Strategiebewusstsein angesprochen, in der Digitalisierung beispielsweise auch, sich damit zu beschäftigen. Da sehe ich eher nicht die Bereitschaft. Also ich habe mal so ein Thema bei so einem Nachhaltigkeitscamp angesprochen, mehr Öko-Intelligenz bei digitalen Produkten einzubauen. Ja, ganz wichtig. Internet der Dinge, dass man so Kreisläufe anders organisiert und dass Produkte eine Öko-Intelligenz kriegen. Also es gibt Einzelfirmen, die das machen. Also hier in der Nähe gibt es ein Unternehmen im Bereich Rechenzentrum, Prior One, die sich zum Beispiel sehr intensiv darüber Gedanken machen. Die haben auch nicht für alles eine Lösung, muss man auch ganz klar sagen. Aber die sich zumindest schon mal Gedanken darüber machen und sagen, okay, wir wollen unseren Kunden dabei helfen, in diese Richtung zu gehen. Ja gut, aber wenn ich halt diese Session anbiete, bei so einem Nachhaltigkeitscamp, da kommt nur so müdes Gähnen. Wenn ich allerdings wieder eine Session mache, Livestreaming für virtuelle Konferenzen einsetzen oder so, ist die Butze wieder voll. Also irgendwie, wir haben merkwürdige Prioritäten als Mensch. Ja genau, also zündet das Thema noch nicht. Nein, es zündet nicht. Und insbesondere, wir hatten also auch Workshops gehabt, zum Beispiel mit einer Kammer. Und jetzt im Nachgang zu dem Workshop wurde mir auch nochmal gesagt, ja Leute, Also bei unserem Unternehmen brennt die Luft insofern, dass die Wirtschaft boomt. Die haben keine Leute, die arbeiten am Limit. Und die haben überhaupt nicht die Zeit, sich mit solchen Zukunftsthemen zu befassen. Das ist nicht nur das Thema. Die tun sich auch schwer beim Thema Ausbildung. Auf der einen Seite kriegen sie keine Leute, aber sie haben auch keine Zeit, sich Gedanken zu machen, wie sie jetzt die Leute bekommen. Und da haben wir also wirklich an der Stelle ein Problem. Und das ist natürlich so, dass gerade auch im Boom immer schon die Krise versteckt ist. Und die Krise kommt eben daraus, auch daher, dass man keine Zeit hat, sich mit Zukunftsthemen zu befassen. Und das ist auch das Problem, was wir im Klimabereich und insbesondere im Klimaanpassungsmanagement in Unternehmen haben. Das Problem oder die Betroffenheit, weil die nicht direkte Betroffenheit, sagen wir, voll liegt bei vielen Unternehmen, dann sagen, okay, wenn ich nicht betroffen bin, warum soll ich irgendwas machen bei der Anpassung? Und das ist auch interessant, wenn man, einige Unternehmen auch sagen, ja, ohne Hochwasser, warum soll ich Steich bauen? Aber das Problem ist dabei, diese Naturgewalt und diese Ausmaß der, sagen wir, Überschwemmungen, oder was wir später, weiß ich nicht, bei der, zum Beispiel Reindrücken oder Pegel sinken. Das Problem ist dabei, wir haben keine Zeit. Das heißt, ich sage immer, okay, Sie haben recht, ohne Hochwasser kein Deichbauern. Aber wenn Hochwasser kommt, dann Feuer ruft nicht an. Wir haben keine Möglichkeit. Wir müssen proaktiv, offensiv uns mit diesen Themen auseinandersetzen. Gerade da versuchen wir jetzt bei diesem Projekt ansetzen, wie können wir Unternehmen in der Lage setzen, ihre Betroffenheit zu identifizieren und sagen, wo bin ich betroffen? Weil Lutz hatte das in Time Belieferung gesagt. Was heißt das in Time? Jetzt sagen wir so, hier viele Unternehmen haben vor zwei Tagen Lager. Ganze Produktion nach zwei Tagen wird Lager gelegt. Ja, wenn jetzt auf irgendwelche, nur noch, der Binnenschifffahrt gestört ist, weiß ich nicht, oder sagen wir, Deutsche Bank kann nicht liefern, dann ist der Produktion nicht gestoppt. Und das müssen wir zeigen, wie lange können Sie aufrechterhalten? Haben Sie was gemacht? Wo haben Sie, welche Maßnahmen haben Sie durchgeführt? Wenn wir mit Unternehmen sprechen und sagen wir, haben Sie Anpassungsmaßnahmen durchgeführt, sagt man nein. Und das ist ja auch so ein Punkt, wir sprechen hier über Next Economy. Also unsere Wirtschaft, wie sie heute läuft, hat eigentlich für solche Zukunftsfragen überhaupt keine Antworten. Ja, weil, ich sage mal, das klassische Reporting ist der Blick in den Rückspiegel. Da gucke ich mir die Buchungssätze aus der Vergangenheit an. Und die Buchungssätze sind immer noch wieder ein Ergebnis von Sachen, die ich noch weiter davor gemacht habe. Und das ist das ganz große Problem. Also das heißt, diese Zukunftswerte sind zu wenig, zumindest im täglichen Geschäft, dann auch berücksichtigt. Und das ist natürlich eines der Probleme, was wir haben, wenn wir über eine neue Wirtschaft sprechen, auch sowas natürlich mit zu berücksichtigen. Und dann natürlich auch Freerider-Verhalten. Natürlich. Also dass man halt Trittbrettfahrer spielt, das sind in verschiedensten Szenarien, solange es geht. Ja, natürlich. Und das ist natürlich so, dass zum Beispiel eben bestimmte Kosten nicht eingepreist werden. Das berühmte Beispiel sind die Ewigkeitskosten. Der Staat hat der Nuklearindustrie jetzt große Mengen Abfall abgekauft, wo wir alle wissen, dass das nicht annähernd die Kosten decken wird, die uns bevorstehen. Ja, Herausforderungen für unser Gemeinwesen, die dadurch entstehen, die Kosten entstehen, aber wer bezahlt es? Letztlich werden die Kosten sozialisiert. Also das heißt, die Kosten werden vom Steuerzahler, vom kleinen Mann getragen. Das heißt, wieder nochmal hier direkte Betroffenheit oder indirekte Betroffenheit, die versuchen wir auch im Projekt, diese auch letztendlich zu operationalisieren. Das heißt, auch den Workshop wir anbieten, dann geben wir das, okay, wie kann zum Beispiel direkte Betroffenheit in der Autoindustrie aussehen? Was heißt indirekte Betroffenheit? Wie können wir, welche Maßnahmen können wir letztendlich hier einbeziehen? Die beziehen sich auf die Klimaanpassungseite und das ist für insbesondere für Betroffenheit, Analyse, für Maßnahmenanalyse später wichtig. Wenn ich weiß, ich bin indirekt betroffen oder ich bin direkt betroffen durch Sturm oder Hagel, dann überlege Unternehmen, wie kann ich eine Maßnahme durchführen, zum Beispiel Hagelversicherung. Hagelversicherung ist eine Anpassungsmaßnahme. Indirekte Betroffenheit, marktliche Betroffenheit. Wenn zum Beispiel Nachfragerückgang. Und wie kann ich reagieren? Weil es nicht negativ sein muss. Es können ja auch Chancen sein, dass die Klimaanpassungsmärkte auftun. Ihr macht ja auch Exkursionen, beispielsweise an die Nordsee. Macht auch Exkursionen in die Alpen? Also nein. Aber das hat einfach logistische und teilweise auch wirtschaftliche Probleme. Zur Nordsee komme ich relativ billig mit meinen Studenten. Alpen ist schon deutlich teurer. Aber ich sehe davon da auch wichtige Klimaanpassungsmaßnahmen, die eigentlich auf der Tagesordnung stehen müssten, die ich in den touristischen Zentren in Österreich zumindest nicht so richtig sehe. Ich sehe eher die Antwort, dass man dann halt noch mehr mit Schneekanonen arbeitet, dass man noch mehr Erosionsschäden produziert, dass man noch mehr auf Massentourismus setzt. Also mir ist das jetzt im Österreich-Südtirol-Urlaub, also ich war in Kernen und in Südtirol aufgefallen, dass man sehr, sehr stark diese massentouristische Karte zieht, um noch rauszuholen, was rauszuholen geht. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, kippt es jetzt schon. Ja, genau. Also wenn du in den Bergen bist, wenn du diese elenden Schotterpisten siehst, die dann verrohrt sind für die Schneekanonen und weiß nicht was. Ich sage mal, der Trend geht Richtung Sommertourismus, wenn es weitergehen soll. Und es wird genau in Wintertourismus investiert. Ja, wo muss man sich überlegen, diese Schwierigkeiten, die daraus entstehen. Und ich meine, das ist natürlich nicht einfach für diese Destinationen. Es wird eine Verschiebung geben im Tourismus, da sind wir uns darüber im Klaren. Sicherlich wird es auch eine Verschiebung geben müssen. Der Ferntourismus ist natürlich einer der Hauptklimakiller. Ja, da werden wir uns auch Lösungen anbieten müssen. Und ein Aspekt ist natürlich immer, und das ist der regulative Eingriff, es wird früher oder später bepreist werden. Die CO2-Steuer wird kommen. Ja, und die Flüge können nicht mehr so billig bleiben. Und das sind natürlich auch Dinge, wo sich unsere Wirtschaft auch in ihren Grundfesten verschiebt. Interessant vielleicht in dem Zusammenhang, was wir jetzt auch festgestellt haben in unseren Workshops. Es gibt durchaus, das ist natürlich auch eine zukünftige Möglichkeit, sich für Nachwuchsführungskräfte sich zu positionieren. Weil wir haben ja immer wieder die Frage, dass es ein Problem gibt, wissen die meisten. Wie konkret das Problem ist, schon weniger. Was man dann auch konkret machen kann, schon mal gar nicht. Und dann die letzte Frage, wer macht es dann? Dann sind sie völlig blank. Und das gibt natürlich wieder Führungskräfte, die vielleicht so ein paar Jahre Berufserfahrung schon gesammelt haben, sagen, okay, da kann ich mich positionieren. Damit kann ich mich natürlich auch so ein bisschen unkündbar machen. Ja, das wäre ja auch ein Signal dann an die Studierenden, dass das eigentlich jetzt ein Zukunftsfeld ist, was noch viele belächeln, aber vielleicht in fünf oder zehn Jahren dann also der absolute Bringer ist. Ja, und in unserem Studiengang Sustainable Marketing und Leadership ist es ja so, dass wir nicht so den Nachhaltigkeitsmanager ausbilden, den klassischen Nachhaltigkeitsmanagern. Das machen ein paar, aber wir sagen eigentlich, wir brauchen eigentlich in allen Bereichen, im Marketing, in der Supply Chain, brauchen wir Leute, die was von Nachhaltigkeit wirklich verstehen. Ja, und da sehen wir unser Potenzial, dass wir eben diese, also unser Studiengang ist ein generalistischer Management-Studiengang mit einer moderaten Spezialisierung im Bereich der Nachhaltigkeit und im Bereich des Marketings natürlich. Und damit glauben wir eben auf eines dieser gesellschaftlichen Probleme auch entsprechend anzusprechen. Also ihr bildet nicht den klassischen CSR-Manager aus? Nein, nein, nein. Und auch wenn wir hier über Klimaanpassung und lernende Organisationen sprechen, dann sind das Management-Themen, die wir machen. Und gerade auch wir, auch bei Studiengang Automotive und Mobility Management, reden wir auch über zukünftige Mobilitätskonzepte, Elektroauto, Antriebstechniken, autonomes Fahren und nachhaltige Modelle, die wir haben. Und dann versuchen wir, neben diese klassischen Antriebstechniken auch letztendlich nachhaltig orientierte Konzepte kennenlernen. Das heißt, eine breit gefächerte Fächer und Sichtweisen versuchen wir, das letztendlich beizubringen nach Klimaanpassung ebenso. Neben Klimaanpassung, Klimaschutz und auch den Wechselbeziehungen zwischen auch Nachhaltigkeit, Ökonomie, Ökologie, Soziales, ein Gesamtbild wollen wir. Das heißt, letztendlich am Ende brauchen wir spezialisierte Generalistinnen. Weder Generalist noch Spezialist. Aber wir brauchen nicht spezialisierte Generalistinnen. Das heißt, nur Klimaanpasser oder Anpassungsmanager können überhaupt nicht machen, ohne wie funktioniert zum Beispiel Unternehmen oder was heißt das Subway-Chain-Manager? Es gibt natürlich die klassische Karriere der Klimaanpassungsmanager, das machen andere Hochschulen ganz hervorragend auch. Aber das ist jetzt nicht unser Fokus. Also wenn ich jetzt explizit sage, ich möchte der Klimaschutzverantwortliche im Unternehmen werden, dann geht man besser zu einem anderen Hochschulen. Wir sagen, wir bringen Leute in die Linie oder ins Projekt rein. Aber das ist ja auch, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass man dann in unterschiedlichsten Anwendungskontexten dann das Know-how dann auch mitbringen kann. Ganz genau. Und es gehört natürlich auch dazu, und deswegen machen wir ja auch solche Projekte, dass wir neues Know-how sozusagen auch erarbeiten. Also immer wieder dieses Spiel, was wir lehren, sollte ja nicht unbedingt das Lehrbuchwissen sein. Also ich kriege immer Pickel, wenn ich Lehrbücher sehe, sage ich mal, schon seit meiner Schulzeit. Aber das ist was anderes. Nein, aber der Punkt ist natürlich, dass diese Lehrbücher ja immer nur vorhandenes Wissen zusammenfassen. Und das ist zu wenig an der Hochschule. Mit einer gewissen Zeitverzögerung auch. Mit einer gewissen Zeitverzögerung. Sondern wir müssen eigene Empirie, eigene theoretische Modelle, die wir selber entwickelt haben, natürlich in die Lehre reinbringen. Damit sind wir überhaupt erst sozusagen auf der Höhe der Zeit. Und das wird leider oft übersehen. Also dieses typische Lehrbuch-Karaoke, was wir in den Hochschulen haben, das sollte man natürlich vermeiden. Und natürlich muss man auf irgendwas aufsetzen, keine Frage. Und ich sage mal, natürlich mache ich Porta-Five-Forces, wobei ich dann den Porta auch direkt mal auseinandernehme. Und darum geht es hier eigentlich. Okay. Ja, und wie kommt es an bei den Studierenden? Sehr gut. Das heißt, wir haben letztendlich auch Studierende, okay, am Anfang, weil klassische Bezirkschaftslehre, klassische Ökonomie geht in eine andere Richtung. Aber wir haben eine kritische Distanz in einige Fächer, zum Beispiel bei der Klimawandel oder Nachhaltigkeit. Brauchen wir eine andere Sichtweise. Und wir müssen auch vorhandene Konzepte letztendlich kritisch reflektieren. Und das bedeutet nicht, die Studierenden müssen unsere Meinung akzeptieren. Aber wir versuchen mindestens einen Blickwinkel zu erweitern. Das heißt, nicht einfach so akzeptieren oder so einfach ablehnen, sondern auch sehen, da haben wir tatsächlich andere Probleme. Und Probleme, das müssen wir berücksichtigen. Ja, das ist jetzt gerade was, was uns so ein bisschen rumtreibt. Wir haben ein kleines Zertifikatsprogramm entwickelt für dieses Projekt. Also diese Zertifikate sind auch kostenlos. Es findet jetzt noch in diesem Jahr eins in Wuppertal oder Solingen statt und noch eins in Mühlheim. Und da geht es eben auch darum, Mitarbeiter in den Organisationen, die schon da draußen sind, zu qualifizieren. Wir machen das auch eben kostenlos im Rahmen des Projektes, weil es uns natürlich auch wichtig ist zu verstehen, wie funktioniert das dann? Wie können die Menschen das in ihre Organisation dann auch reinbringen? Und das, denke ich, ist eine ganz schöne Chance, da auch sich entsprechend zu qualifizieren. Geht ein oder zwei Tage oder ein bis zwei Tage? Also was wir dieses Jahr noch anbieten, diese Ein-Tag-Basis-Workshop. Okay. Ja, und dann gibt es eben noch so ein Aufbauzertifikat, wo man dann nochmal tiefer in bestimmte Themen dann nochmal reingeht. Und das bietet da jetzt in Wuppertal an und wo noch? In Mühlheim wird das jetzt, aber das ist eine Inhausgeschichte, die wir da machen. Aber das werden wir vielleicht auch nächstes Jahr nochmal weiterführen. Aber das sind natürlich interessante Themen. Natürlich versuchen wir, die Themen genauso in unsere Lehre wieder reinzuspiegeln und unsere Studenten zu motivieren, sich damit auseinanderzusetzen. Und das klappt auch durch die Bank eben sehr gut. Vielleicht nochmal einen Hinweis zu unseren Studierenden. Die gehen natürlich auch in sehr viele Branchen. Also wir haben Studierende in der Automotive-Industrie, wir haben Leute in der Konsumgüterindustrie. Hier im Kölner Raum gibt es viel Handel. Also im Handelsbereich haben wir eine ganze Menge Absolventen. Ein bisschen zu einem Absolvent des letzten Jahres, stellvertretender Geschäftsführer beim Deutschen Tierschutzbund. Also wir haben da auch keine Spezialisierung, dass wir sagen, also keine hochgradige Spezialisierung, sondern wir wollen unsere Studierenden auf generalistische Tätigkeiten in Wirtschaftsorganisationen, auch im öffentlichen Bereich oder NGOs vorbereiten. Und da ist natürlich immer dieser Aspekt des Lernen-Lernen ganz wichtig. Und dass die Studierenden sich auch immer wieder auf neue Situationen vorbereiten können. Und so Themen wie Ambiguity, Tolerant sind für uns eben ganz wichtig. Wo findet man die Informationen zu dem Zertifikat? Oder gibt es eine Webseite, Lehre und Forschung, Hochschule Fresenius Info. Ich glaube, das schicke ich dir gleich mal bei Facebook den Link. Und da gibt es eben zum Thema Klima-LO eine ganze Menge. Ich möchte auch direkt mal Werbung für die Oldenburger Kollegen machen, Professor Fichter und Dr. Carsten Huchelmann, die das in Oldenburg machen. Dort auch in Oldenburg zum Start-up-Center, wo die auch, glaube ich, dieses Jahr noch eine Veranstaltung machen werden. Und die auch eben versuchen, dieses Projekt jetzt zu verstetigen und zu optimieren und zu verstetigen. Das ist jetzt im Moment unsere Phase. Viele Ergebnisse, die wir auch bis jetzt erzielt haben im Bereich der gesamten, sagen wir, Managementprozesse und auch betroffen hat, Klima, Resilienz, dann wurde auch in einer Publikation veröffentlicht. Die ist sogar kostenlos, also im Rahmen des Projektes. Das kann sich jeder als PDF halt runterladen. Es sind zwar ein paar hundert Seiten dort ein bisschen, bis das runtergeladen ist, aber sehr interessant auch mit diesen verschiedenen Aspekten. Lernende Organisation, Innovation, Resilienz. Das sind so Themen, mit denen wir uns da befassen. Und wir werden auch noch bis Ende des Jahres noch einige kleine Tutorials produzieren, wo man sich das auch dann nochmal auf YouTube wahrscheinlich dann auch anschauen kann. Ja, super. Gibt es auch schon so eine Überlegung, ein Alumni-Programm aufzusetzen? Also ich habe das jetzt bei der Bundeszentrale für politische Bildung gesehen, wo die Volontäre, die mal bei der Bundeszentrale gearbeitet haben, dann wieder zusammengetrommelt werden. Und die sitzen ja nun auch in unterschiedlichsten Bereichen. Die einen sind in politische Organisationen gegangen, die anderen in Unternehmen oder Stiftungen oder sonst wie. Und das sind ja, sagen wir mal, Entscheider. Ja, diese Netzwerke sind wahnsinnig interessant. Also ich habe Justus Hauk gehabt und ich habe ja auch gerade festgestellt, dass wir im gleichen Netzwerk dann irgendwo sind außerhalb der Ökonomie. Und das ist natürlich immer ganz wichtig, dass man sich entsprechend vernetzt. Und den ersten Workshop, den wir zu dem Thema gemacht haben, haben wir auch in Zusammenarbeit mit unserem Alumni-Programm der Hochschule. Das ist natürlich unsere Alumni-Organisation, ist das natürlich auch für uns ein Multiplikator. Und wir freuen uns natürlich, wenn die dabei sind. Und die haben uns natürlich auch wieder ganz tolle Sachen zurückgespiegelt. Klar. Also auch immer wieder dieses Feedback aus der Praxis. Deswegen haben wir ja auch dieses Alumni-Programm. Einerseits, um unseren Studierenden eine Plattform für den Berufseinstieg und darüber hinaus zu bieten. Aber andererseits natürlich auch, um wieder Erfahrungswerte aus der Wirtschaft wieder zurückgespiegelt zu bekommen. Ja, und dann sicherlich auch noch das Thema Weiterbildung. Weiterbildung, oder? Ja, natürlich. Ja, ja, Weiterbildung spielt eine wichtige Rolle. Weil das hat letztendlich auch mit dieser Zertifikatlösung oder Workshop, letztendlich bilden wir auch aus. Weil das heißt, hoffen wir später noch in diese Weiterbildungsprozesse können, ja, gelernt wieder verbinden. Ja, deshalb eben auch diese Qualifikation, eben auch lernen, lernen zu können. Ja, und auch dieses Thema Lernen der Organisation. Also die schönste Strategie bringt nichts, wenn die Organisation nicht in der Lage ist, Klimabetroffenheit zu erkennen, sie auch umzusetzen. Da kann nicht immer jemand daneben stehen und sagen, wir sind die Experten, wir pampern euch. Das muss von innen kommen. Und das reinzubringen in die Organisation, das ist spannend. Also da kann man jeder dem akademischen Nachwuchs nur zurufen, Klimaanpassungsmanagement zu studieren, bei euch. Also Sustainable Marketing Leadership. Oder beziehungsweise im Automotive-Bereich natürlich. Mohammed ist ja auch Studiengangsleiter für Automotive and Mobility Management. Also immer ganz wichtig, weil wir denken natürlich auch Mobilitätskonzepte. Alle Informationen dann auf der Website. Den Link liefern wir nach in die Videoerklärung. Und vielen Dank. 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 Bye.